Ach jawollo, so soll das natürlich sein hier. Schön bei den kleinen Fischis. Zack, da braucht man natürlich auch Frequenz. Und raus damit wieder, jawollski. Ich stehe hier mit kleinem Setup und heute mal nicht am Windenbach wie all so oft und wie viel zu oft schon. Nee, heute mal am Donetsch. Auch da soll es ja zur Zeit wieder ganz hoch hergehen. Gerade auch mit den ganzen kleinen Viechern. Und das teste ich natürlich gerne. Es wurden natürlich auch hier schon in letzter Zeit wieder einige Don Trophies gefangen. Auch nicht so schlecht, würde ich natürlich auch mitnehmen. Aber es sind auch hier in letzter Zeit einige Nasen reingeballert. Es sind ein paar Zobel mit reingegangen und ja, Muschel, Kaul, Barsch und Co. Und ich teste hier einfach gerade ein paar verschiedene Köder am Tag und in der Nacht, denn ich muss ein wenig darben. Mein gesamtes großes Setup befindet sich quasi in Reparatur. Nichts geht mehr. Rund 10.000 Silber ausgegeben fürs Reparieren. Nur der Rollen. Das heißt vier Rollen gerade in der Reparatur. Und dementsprechend muss ich jetzt zusehen, dass ich eben ein bisschen Kohle mache hier. Ha! Geil, ey! Geiler Zobel. Mehr davon. Und ich habe noch gedacht, komm, probiere mal auf Köcherfliege. Jawollski, ey! Und es klappt. Ja, jetzt also, wie gesagt, mit einem kleinen, feinen Setup. Und, ähm, jawoll, die nächste Muschel. Wann auch schon ist es mehrere. Und von den Rollen her, Lecko, Funny, ey, hier sind sie alle. Alle in Reparatur. Die Bestia, komplett Rundumschlag-Reparatur. Von vorne bis hinten. Ähm, die Tagara. Die sind abgeschlossen in 23 Stunden noch was. Die war gar nicht so kaputt hier, die eine. Aber dafür sind die beiden anderen ziemlich durch gewesen. Ähm, wobei ich hier nochmal gucken muss, ob ich nicht vielleicht doch noch die Bremse mache. Weil hier ist jeweils auch noch die Bremse mit in der Reparatur. Drei Tage auch noch. Die waren bei fünf Tagen. Hier, die ist auch noch fünf Tage. Also, es wird noch ein bisschen dauern. Bis alles wieder fit ist. Oh, ausgeschlitzt. Bis alles wieder fit ist. Das gesamte Setup. Und, ähm, dann geht es gerade natürlich dann auch mit der Bestia. Ähm, und der, der Wechseler, ähm, geht es dann wieder zum Jammer und zum Spinning. Da wird es dann wieder, da wird dann wieder ordentlich was rausgezogen. Ähm, ist mir noch nie passiert. Aber, da dann das erste Mal. Ich hatte meine erste Rolle mit einem, einem Part der Rolle sozusagen auf, hier können wir es sehen. Die Schmierung, die war auf 50% runter. Das erste Mal, dass quasi unten in dem Bereich, hier unten in der Anzeige, das Warnreieck aufgeleuchtet ist. Da habe ich schon gedacht, Alter, was geht denn jetzt ab? Durchgeölt das Ding. Komplett. Und die nächste Muschel, jawohl. Ja, und jetzt, wie gesagt, muss halt ein bisschen, bisschen Kohle rein mit dem kleinen Viechzeug. Ich habe mir gedacht, komm, Donets, da fängst du vielleicht noch ein bisschen was, was du noch gar nicht hast als Trophy. Die Chancen, die, äh, ja, die muss ich halt nutzen, wenn ich in Gänze noch ein bisschen mehr Trophies fangen will, als die bisher insgesamt 62. Da sind noch einige Standardfische, äh, eigentlich offen, die man gar nicht so schwierig fangen kann. Aber bei mir haben sie halt immer bisher noch nicht gebissen. Ähm, Position, wir können ja mal eben gucken. Ich stehe hier gerade am Donets, ganz oben am 4-Meter-Loch. Werfe gar nicht so ganz weit raus. Keine Ahnung, das sind vielleicht 15 Meter oder sowas maximal. Ähm, einfach so halb aufgeladen. 10, 15 Meter sind das. Und, äh, locker ausgeworfen. Ein bisschen, ja, ich sag mal, mittelprächtiges Setup, ne? 18er-Haken hier. Ich hatte zwischendurch auch am Tag mal ein bisschen mit dem 6er-Haken rumprobiert und, äh, Borkenkäferlarve. Ähm, relativ dick noch hier unterwegs. Man könnte, glaube ich, feiner dran gehen. Auch hier noch 6er-Vorfach, äh, geflochtenes Vorfachsmaterial. 18er-Haken, Borkenkäferlarve. Da ist auch gerade Biss drauf. Macht das Ganze natürlich recht entspannt hier, ne? Und guck mal hier schon wieder. Nächste, dicke, fette Muscheln hier. Krass. Auf Borken. Aber wirklich dicke, fette Muscheln. Guck mal hier, ey. Kann man schon bald hier Muscheln machen. Flussmuscheln. Guck mal hier. In den 20 Minuten ist das doch schon nicht schlecht. Da ist noch nix drauf. Und hier ist das Setup. Ah, genau. Hier hatte ich einfach mal ein normales Fluorocarbon verwendet. Funktioniert natürlich auch. Also wenn man nicht dieses Vorfachsmaterial herstellen kann, einfach normales Fluorocarbon verwenden. Klappt auch. Und genauso kann man sich natürlich hier auch mit normalen Feedern hinstellen. Man braucht nicht zwingend die Winkelpicker. Jetzt die Tage wieder noch aus dem Chat gehört. Alter, ich fange mit den kleinen Feederrouten. Gerade auch am Windenbach. Ich fange viel besser als mit den Winkelpickern. Vielleicht ist es auch so ein bisschen extra drauf ausgerichtet sozusagen, dass man an den Low-Level-Gewässern mit einfacherem Equipment auch einfach besser fängt. Wäre ja gar nicht so schlecht. Wieder kleiner Zobel. Ja, die Zobel und Zopen und sowas, das wäre schon nicht schlecht. Die ganzen Z-Fische in einigermaßen groß. Das lohnt sich ja auch immer kohlemäßig. Kann man schon machen. Wie gesagt, wäre nicht verkehrt, wenn da noch was geht. Und speziell dann eben auch so mit diesen ganzen seltenen Fischen hier. Wobei, naja, ob ich jetzt hier, also wenn ich jetzt hier den Don-Kaulbarsch tatsächlich als Trophy fangen würde, wäre es eigentlich nur nett. Ich würde mich aber nicht so sehr darüber freuen, wie die Don-Kaulbarsch-Trophy am Windenbach. Also das wäre, wäre zwar schön, weil endlich mal abgehakt. Einer der echt super seltenen Fische. Ähm, aber, ne, eigentlich gehört es, gehört er an den, an den Windenbach. Da muss er her. Da soll er rauskommen. Weil er da natürlich auch fürs Fangbuch wichtig ist. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussieht mit dem Fangbuch. Ähm, Trophäen am Donetz. So sieht es bei mir nämlich aus. Am Donetz. Man sieht, ich war schon häufig hier angeln. Not. Also, Donetz ist auch echt eins meiner, ja, mitunter auch unbeliebtesten Gewässer. Vielleicht ändert sich das mit dem Grund, beziehungsweise mit dem Posen-Account. Mit dem bin ich ja auch noch immer wieder parallel unterwegs. Ähm, hab allerdings... Alter, ein kleiner Wildkarpfen. Uff. 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 Ja, da braucht man schon ein bisschen dickeres Setup. Das stimmt, ey. Äh, Posen-Account. Ja, ich bin damit noch unterwegs. Ja, ich mach damit auch noch weiter. Also, es läuft weiter mit dem Posen-Account. Irgendwo ist was ausgeschlitzt. Da ist der Köder ab. Ähm. Trotz allem, es dauert. Und ich muss wirklich sagen, mit Pose oder mit Bollo. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, wenn man nicht nonstop am Windenbach stehen möchte und Haseln und Lauben kloppen will, was wirklich hervorragend funktioniert. Aber wenn man wirklich auch mal irgendwie was anderes fangen will, echt schwierig, ey. Also wirklich so von der Frequenz her nicht toll. Von, ähm, ja, von der Kohle, die man einfach verdient innerhalb der Stunden. Schwierig. Dann kommt natürlich dazu, die ganze Zeit immer ein Auge drauf haben und so. Puh. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es haben ja noch ein paar andere, haben ja mit angefangen, haben auch gesagt, oh, geil, Alter, ich mach auch mal einen neuen. Ähm. Also, mit Pose only. Gerade im Startbereich. Uff. Wirklich hart. Kann man nicht anders sagen. So. Das ist doch angenehm. Frühen Morgenstunden. Und die Nasen fangen wieder an. Äh, ja, mit den Nasen hatte ich überlegt, ob ich hier nicht einfach mal einen Sechserhaken auch mache. Und, ähm, dann, die Nasen, die, die beißen ja auch auf dicke, fette Haken, ne. Ähm, war ja regelmäßig zum Beispiel an der Sura, dass man da, wenn man da auf, auf, äh, mit dem Tauwurm unterwegs war oder so, dass da dann auch die Nasen reingegangen sind. Auf dicken, fetten Einserhaken oder so. Äh, ja. Vielleicht ballere ich gleich. Soll ich nochmal gleich einen Tauwurm reinschmeißen? Aber dann gehen safe die Wildkarpfen auch rein, ey. Ein winziger Wildkarpfen war dabei. Das sind halt hier die, die gefährlichen, ne. Aber ich könnte es mal probieren. Dickeres, dickeres Set. Und dann mit dem Tauwurm. Aber dann muss hier auf jeden Fall auch ein bisschen was dickeres dran. Dann hau ich hier ein fettes, so, machen wir das so. Sechserhaken Tauwurm. Alter Falter, ey. Tricky. Gucken wir mal, ob wir da in den Drill gehen müssen. Und hier zieht auch noch wieder ein bisschen was ab. Ja, also, so verbringe ich jetzt hier demnächst erstmal beziehungsweise die nächsten Stunden, weil, joa, was soll man machen, ne. Wenn die, wenn das Hauptset sozusagen in der Reparatur ist, dann kann man eben sowas machen. Ich stand auch schon so ein bisschen am Ladoga, hab da ein bisschen rumprobiert, dann, ähm, wenn man gerade da ist beim Beluga Store, ähm, dann kann man da natürlich auch ein bisschen rumprobieren. Hab da auf, mit Ultralight ein bisschen auf Saibling probiert, ähm, war nicht so der Bringer. Ich war da im, im Bereich vom 14-Meter-Loch unterwegs und hab ich, da hab ich mir jetzt gedacht, komm, mach so ein bisschen Plumpsangeln noch, einfach auf entspannt am Donets. Und, äh, joa, Ergebnis bisher, finde ich, ist ganz okay. Wir können da mal eben reingucken, was das Kohlemäßig so gebracht hat. Ich glaub, da zuppelt auch gerade nix. Und dann werde ich das gleich einfach noch ein bisschen weiter hier betreiben. Einfach auch, ähm, joa, wie gesagt, vielleicht geht so ein Kutum oder sowas mal rein. Hab ich noch gar nicht gefangen. Das wäre natürlich der Oberhammer, oder? Oder einfach mit den, auf die, äh, mit der Stippe oder sowas auf die Superkleinen, auf die Sardinen und sowas. Könnte man auch gehen. Das ist genau, das ist der Fischmarkt. Also, mal eben nach Preisen sortieren, beziehungsweise nach Fangzeit. Insgesamt jetzt hier knapp eine Stunde rumgestanden. Viele, viele Muscheln. 70 Silber. Also, ist jetzt noch nicht so der Burner. Da geht allerdings auch mehr. Ich war zwischendurch ein paar Mal AFK. Gleich erstmal lecker essen. So gehört sich das. Joa, ich würde sagen, zieht raus die Brocken. Probiert auch mal ein bisschen rum. Ähm, wenn ihr einen Tipp habt für mich, ich, äh, werde das immer gerne testen, gerade fürs, äh, Posen angeln. Ähm, gerne unten auch in die Kommentare reinschreiben. Petri Lümmels, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags RF4. Und, äh, ja, sonntags und, äh, donnerstags und dienstags machen wir demnächst erstmal ein bisschen The Hunter Call of the Wild. Da gibt es ja jetzt auch die gesamte Serie zu auf dem YouTube Kanal. Petri, bis zum nächsten Mal. Bye.